Wie gehe ich suggestiv, also was sage ich meinem Kind beim Lernen, wie rede ich mit ihm? Dieses Müssen und dieses Du kannst das nicht, das zieht die ganze Sache leider nur noch mehr runter. Wir müssen daran arbeiten, unser Denken verändern, dass unsere Worte ganz, ganz viel Macht haben, ganz viele Auswirkungen haben auf unsere Kinder und auch uns. Heute geht es wieder weiter mit unseren Buchvorstellungen und zwar heute mit Franz Josef Neffe für eine Ich-Kann-Schule, Möglichkeiten durch Autosuggestion. Das ist jetzt hier an alle Lehrer, Eltern von Schulkindern gerichtet. So, und zwar, der Franz Josef Neffe war jahrelang in einer Behindertenschule tätig, Behindertenschule, genau, und Lehrer und hat herausgefunden, wie die Kinder ticken. Er hat viele Bücher von Emil Coet gelesen, einstudiert und arbeitet nach der Emil Coet-Methode mit der Autosuggestion. Ja, Autosuggestion. Ist egal, Autosuggestion. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es geht darum, wie wir mit den Kindern sprechen und dass es eine selbsterfüllende Prophezeiung gibt. Wenn wir ständig dem Kind sagen, wie schlecht es ist und es soll sich verbessern, wird es immer schlecht bleiben. Er geht also einen anderen Weg als die meisten Lehrer. Er sagt in seinem Buch, Glaube ist eine Kraft und Wille kostet Kraft, weil wir immer sagen, du musst es nur wollen und du musst und du musst und das kostet sehr viel Kraft. Aber wenn ein Kind glaubt, dass es das kann, dann wird es besser werden. Er hat da Erfahrungen gemacht. Ihr könnt auch mal auf seine Webseite gucken. Hat er eine Webseite? Er hat eine Webseite. Schaut mal auf seine Webseite rein. Er hat aber auch Videos hier auf YouTube. Kann ich euch auch gerne nochmal unten verlinken. Ich habe mir mal ein paar Buchseiten aufgeschrieben, die möchte ich euch nochmal vorlesen und lese euch nochmal vor. Ich habe mir nämlich eine Zusammenfassung aufgeschrieben, dass ich natürlich meine wichtigen Punkte nicht vergesse und die werde ich euch jetzt mal einfach vorlesen. Kind mit schwacher Leistung. Stets, wie schlecht es ist, wie gut es werden kann, wird unterschlagen. Oh, ich habe mir einfach Notizen gemacht, ich kann es gar nicht vorlesen. Also, ein Kind, das eine schwache Leistung hat, dem wird immer wieder gezeigt, wie schlecht es ist. Aber es wird ihm immer unterschlagen, wie gut es sein kann. Nicht bewusst und nicht jetzt an die Eltern oder an die Lehrer, es soll auch keinem schimpfen sein, sondern erklärt in dem Buch einfach nur, wenn dem Kind immer wieder gezeigt wird, du bist so schlecht in Mathe, du musst mehr üben, wird ihm ständig suggeriert, er ist schlecht. Und dann wird das Kind sich selbst suggerieren, ich bin so schlecht. Stattdessen sollen Eltern und Lehrer sagen, jeden Tag wirst du ein Stückchen besser in diesem Fach, je nachdem, was er hat. Du wirst jeden Tag ein bisschen besser, jeden Tag ein Stückchen besser. Wir sollten auf unsere Worte achten, die wir den Kindern mitgeben. Es ist ganz wichtig, dass wir auf die achten, weil alles, was wir sagen, hat eine, ja, das hört sich jetzt auch doof an, eine hypnotisierende Wirkung, weil wir glauben es ja. Was ist denn Hypnose? Wir glauben es und übernehmen es in unserem Leben. Hypnose heißt nicht, dass du da von der Schlange hypnotisiert wirst, die Augen rund werden und du dann einschläfst und alles glaubst. Nein, alles, was wir im Alltag sagen, unsere Worte haben große Auswirkungen auf unser Leben und auch das Leben unserer Schüler oder unserer Kinder. Sage, wie es dich freut, dass sie besser wird, wie deine Tochter, dein Sohn und glaube unbeirrbar dran. Behandle dein Kind als Persönlichkeit und nicht als schlechten Schüler. Ist auch schon mal, kann man richtig schön setzen lassen, oder? Also, behandle es als Persönlichkeit und nicht als schlechter Schüler, der irgendwie, ja, schlecht in Mathe ist. Nein, sondern nicht sagen, du musst lernen, du hast es nötig, sondern alles, was wir lernen, bringt uns persönlich weiter. Wir merken wieder die Wortspiele, wie reden wir mit unseren Kindern. Das kennt, sollte immer wieder sich selber sagen, ich bin ruhig und entspannt, alles, was ich lehre, kann ich im rechten Moment gut anbringen. Das geht jetzt darum, wenn das Kind einen Test hat und aufgeregt ist, gibt es ja auch Kinder, dass man dem Kind sagt, wenn du ruhig und entspannt bist. Ja, einfach ruhig und entspannt bleiben und dir selber sagen, alles, was ich lerne, kann ich im richtigen Moment gut anbringen. Gut anbringen oder kannst auch andere Sätze verwenden. Hauptsache, es kann im richtigen Moment das Wissen aus sich rausholen. Erfolg kommt nicht von Hausaufgaben, sondern von der geistigen Beschäftigung mit dem Erfolg. Erfolg ist auch ein ganz dicker Brocken, wenn wir das sitzen lassen, wenn wir das verstehen. Erfolg kommt nicht von Hausaufgaben, sondern von der geistigen Beschäftigung mit dem Erfolg. Er sagt, statt dass du sagst, ich kann nicht, also Kinder sagen ja oft, ich kann das nicht, ich kann nicht, sage ich kann es, sage ich auch meinen Kindern. Klar, die meckern und sagen, Mama, das sagst du, weil du es kannst, weil du schon groß bist, du hast es schon gelernt. Sag ich trotzdem, sag ich kann es, ich kann es, ich kann es. Du sitzt jetzt gerade da und du kannst es nicht und irgendwann geht es plötzlich, weil dein Unterbewusstsein dir alles glaubt und alles zuhört. Deine Zellen, dein gesamter Körper hört dir zu. Und dein innerstes Wesen, das wissen auch die wenigsten, dein innerstes, deine Seele ist ja in deinem Körper drin. Die weiß sowieso schon alles. Die weiß komplett alles. Und wenn du dich darauf konzentrierst, ich kann es, ich kann es, ich kann es. Und daran bleibst, dir die Sachen anschaust, irgendwann wird es auch hochkommen und du kannst es dann wirklich. Das hat immer was mit der Erwartung zu tun. Was erwartest du von dir selber, wenn du zum Beispiel in der Mathe ein Problem hast? Wenn du dir die ganze Zeit sagst, ich kann es nicht und die Eltern sagen, du bist schlecht, du musst lernen, dann wird das nichts. Du musst dich geistig mit dem Erfolg beschäftigen. Immer wieder sagen, ich kann es, ich kann es. Es gibt einen Weg, ich werde es schaffen. Ich kann es. Und er sagt zum Beispiel zu den Kindern, du bist in Wirklichkeit ein Rechengenie, du hast es nur noch nicht gewusst. Und er sagt selber, es dauert manchmal, aber dann haben es die Kinder drauf. Wenn die damit spekulieren, bin ich ein Rechengenie. Dann plötzlich geht es. Und wer die Suggestion Einflüsse des Alltags untersucht und in ihrer Einfachheit erkennt, ist in der vorteilhaften Lage, Wirkungen zuverlässig bestimmen zu können. Da muss man sich Gedanken machen. Ich lese es gerade vor, aber macht dir Gedanken über diesen Satz. Und ich gehe noch mal ins Buch rein, Seite 19 und 19, 20 und lese euch noch mal was vor. Seite 19. Der Glaube, den wir unbeachtet lassen, ist eine Kraft, während der Wille, mit dem wir oft jahrelang mit wachsendem Misserfolg das Glück erzwingen oder erschulen wollen, nur Kraft kostet. Das habe ich eben schon erwähnt. Wille kostet Kraft. Glaube ist eine Kraft. Glaube, das ist die Kraft jener Vorstellung, die uns eingenommen hat. Diese Vorstellung kann leicht geändert werden, damit der Wirkung der Kraft eine neue, positive Richtung gegeben werden. Dann hat er hier ein paar Gespräche gezeigt, wie er mit den Eltern spricht. Er sagt, nicht jeder Kind ist schlecht, das muss man üben. Er sagt, es hat schon Fortschritte gemacht, ihr Kind. Unterstützen Sie es bitte dabei. Er ist es schon richtig gut dabei. Also er geht suggestiv mit seinen Worten schon bei den Eltern ganz anders ran, als das die Lehrer halt machen. Wie die Lehrer haben es halt anders gelernt. Ich lese mal hier eins vor. Sie haben sicher schon in Kathis Heften bemerkt, dass ihre Schrift deutlich besser wird. Das sind gerade Kinder, die sehr unordentlich schreiben. Ja, ich möchte fast sagen, das ist gar kein Vergleich mehr zum Schuljahr Anfang. Ich habe der Kathi im September ins Heft geschrieben, dein Ziel, ich schreibe alle Buchsteiben auf der Zeile. So gibt das den Kindern weiter. Wenn du schon als Kind so ein Ziel bekommst, wirst du natürlich auch viel ordentlicher schreiben, weil du weißt, um was es geht. Das heißt nicht, du bist unordentlich, mach mal ordentlicher, mach es nochmal neu. Wie oft in der Schule müssen Kinder den kompletten Text nochmal neu schreiben. Davon lernen die doch nichts. Also, dein Ziel, ich schreibe alle Buchstaben auf der Zeile, hat er ihr reingeschrieben. Weil ihre Schrift ohne Rücksicht auf die Lineatur auf und ab ging. Die Kathi hat sich vor dem Schreiben ihr Ziel vorgestellt und vorgesagt, dass sie es leicht erreicht. Und jetzt schauen sie selber einmal nach, ob sie noch unter die Zeile kommt. Sie werden kaum noch etwas finden. Also, er fokussiert sich nicht auf die unordentliche Schrift, sondern auf das, was ordentlich ist. Weil dann wird sie auch mehr. Nach zwei Wochen kam das nächste Ziel, ich brauche nicht mehr zu patzen. Also, das Buch ist schon etwas älter, Patzen ist halt zu schmieren. Schauen sie selbst nach. Ihre Tochter hat sich das Patzen völlig abgewohnt. Ermutigen sie ihre Tochter, dass sie ihre Ziele im Auge behält. Während ich den Eltern leicht das Gefühl vermitteln kann, kompetent genug für die Förderung einer positiven Entwicklung ihres Kindes zu sein, wird in der willensorientierten Beratung dieses Gefühl nur zerstört. Zwei Monate lang sah es so aus, als ob es geht. Sie hat sich ja auch angestrengt. Aber jetzt hat sie schon wieder ein Patzer im Heft. Sie müssen natürlich meine Bemühungen als Lehrer schon unterstützen, sonst kann ich ihrer Tochter auch nicht helfen, wenn sie ihr das durchgehen lassen. So. Das ist dann das andere Gespräch. Ich möchte damit keinen Lehrer irgendwie runterziehen. Er macht auch übrigens Vorträge in den Schulen, um mit den Lehrern nochmal diese Sachen durchzugehen. Ganz interessant. Dann habe ich hier nochmal Seite 111. Adler sah es ganz deutlich an. Ich tue einfach mal hier zwischendurch reinlesen. Die wird jetzt mit der Zeit bestehen. Eine große Schwierigkeit entsteht für sie, wenn sie sich selbst gering einschätzen und glauben. Jetzt kann ich es nie schaffen. Das stimmt natürlich nicht, denn sie können es schaffen. Man muss sie auf ihr fehlerhaftes Urteil verweisen, denn andernfalls wird es zu einer fixen Idee für das ganze Leben. Das Urteil, ich kann es nie schaffen, das darf sie gar nicht denken, oder das Kind oder er. Ein Kind mit einer solchen Idee wird niemals Fortschritte erzielen, sondern immer auf der Stelle bleiben. Die Mehrheit der Schulkinder bleibt fast immer auf demselben Niveau. Sie gehören zu den Besten oder den Schlechtesten oder zum Durchschnitt und dort verharren sie auch. Dieser Tatbestand spiegelt nicht so sehr die Entwicklung des Gehirns wider, als vielmehr die Trägheit physischer, psychischer Einstellungen. Es ist ein Hinweis darauf, dass Kinder sich selbst Hemmnisse aufgebaut haben und nach wenigen Widerständen und Rückschlägen ihren Optimismus verlieren. Doch die Tatsache, dass sich die jeweiligen Positionen hin und wieder ändert, ist von Wichtigkeit, denn sie lässt erkennen, dass nicht ein blindes Schicksal die intellektuelle Fähigkeit des Kindes festlegt. Kinder sollten das wissen und in den Stand versetzt werden, die Bedeutung dieser Tatsache für ihren eigenen Fall zu begreifen. Also, wie redet das Kind mit sich? Wie redest du mit dem Kind? Und was denkt das Kind über sich? Das ist viel, viel wichtiger, als ständig irgendetwas zu üben. Ihr habt es schon verstanden, dass der Erfolg nicht davon kommt, ständig Hausaufgaben zu machen und zu üben, sondern Beschäftigung im Kopf, was das Kind über sich denkt, wie es mit sich redet. Wenn es ständig am Lernen ist und Hausaufgaben macht und davon überzeugt ist, dass es eigentlich voll dumm ist, dass es nicht kann, es ist schwer, ich kann es nicht, wird es nicht viel bringen, es wird trotzdem immer schlechte Noten schreiben. Und dann habe ich noch eine Seite, da ging es um das Stottern, glaube ich, seit der 113. Ja, hier geht es um Stottern. Falls irgendjemand mir zuschaut und ein Kind hat, das stottert, vielleicht bringt euch das was. Hier spricht er von einem Sprachtherapeut Erwin Richter, der selber stotterte. Ich lese es einfach vor. Der Sprachtherapeut Erwin Richter, der in der DDR seinen eigenen Weg der Therapie gegangen ist, stotterte bis zu seinem 27. Lebensjahr ebenfalls schwer. Bei einem Vortrag im Juni 1982 an der Uni in München erklärte er, er habe sich nach jahrelangem demoralisierenden Heilversuchen selbst geheilt durch Anwendung der Co.E. Autosuggestion. Emil Co.E., seine Bücher werde ich euch unten verlinken. Und nach dem Studio Individualpsychologischer Schriften von Alfred Abheld, den werde ich euch nochmal einblenden. Könnt ihr schauen, dass ihr von ihm Bücher holt, eventuell, wenn ihr kinderhaft oder selber stottert. Richters eigene Methode der Sprechtherapie steckt voller autosuggestiver Elemente. Nach seinem Vortrag hatten wir ein zweistündiges Gespräch. Zu Hause beschäftigte er sich mehrmals, erstmals wieder direkt mit der Methode, die ihn zu ausgezeichnetem Sprechen geführt hatte und schrieb eine Arbeit über Suggestion und Autosuggestion in Therapie und Genese des Stotterns. Mag seine wissenschaftliche Auseinandersetzung anderen Beispiel und Ansporn für weitere Forschung sein. Das wollte ich euch nur sagen, falls jemand, kann er sich mit diesem Namen hier beschäftigen. Dann habe ich noch eine Seite, Seite 153. Dann binden wir mit dem Buch jetzt durch. Aber ich finde, sehr wertvolle Informationen, oder? Was sagt ihr dazu? Über das Müssen und das Können in der Schule. Der Mensch gehorcht einer inneren Kraft, die in seinen Vorstellungen zum Ausdruck kommt und über diese beeinflusst werden kann. Die entscheidenden Vorstellungen für die Entwicklung des Menschen in unseren Schulen sind die des Könnens und des Müssens. Ihre Aktualität und Bedeutung, ja sie selbst, sind uns größtenteils unbewusst. So wird, was ich beschreibe, vielen zunächst überraschend neu erscheinen und womöglich etwas spät, schon alt, vertraut wirken. Das ist weiter kein Wunder, denn was ich aufzeige ist ja in uns, nur es ist uns eben nicht bewusst. Wir haben eine Ich-muss-Schule gemacht. Alles, was normal ist, muss man in unseren Schulen. Man muss in die Schule gehen, man muss pünktlich sein, man muss still sitzen, man muss aufpassen, man muss ordentlich sein, man muss sauber sein, man muss Hausaufgaben machen, man muss Rücksicht nehmen und vieles mehr. Selbst wenn manche ABC-Schüler mit Begeisterung in die Schule gehen wollen und gerne aufpassen, der Tag kommt schnell, wo ihnen bewusst wird, dass man in der Schule muss. Nun wäre es ja noch relativ einfach, wenn sich das Müssen mit dem Können die Waage halten würde. Aber gerade der, der am wenigsten kann, muss am öftesten und am meisten. Wer alles kann, ist dagegen völlig unterfordert. Er muss so gut wie nie. Richtig ausgeglichen ist Müssen und Können nur bei mittelmäßigen Schülern, deshalb sind in unseren Schulen auch die meisten mittelmäßig. Diese Mittelmäßigkeit ist ein Kennzeichen der Ich-muss-Schule. Wer seine Talente wirklich entwickelt, fällt in dieser unserer Ich-muss-Schule aus dem Rahmen. Das war es zu diesem Buch. Ich habe dieses Buch übrigens gebraucht gekauft, also nicht auf Amazon kaufen, da wird es über 70 Euro angeboten, aber das war es jetzt auch schon. Also was ihr als Eltern wissen solltet, ist einfach nur, wie gehe ich suggestiv, also was sage ich meinem Kind beim Lernen, wie rede ich mit ihm. Dieses Müssen und dieses Du kannst das nicht, das zieht die ganze Sache leider nur noch mehr runter. Wir müssen daran arbeiten, unser Denken verändern, dass unsere Worte ganz, ganz viel Macht haben, ganz viele Auswirkungen haben auf unsere Kinder und auch auf uns selbst, auf unsere gesamte Umgebung. Und es hat nicht nur mit der Schule zu tun, sondern mit unserem gesamten Leben. Schau, dass du beobachtest, was in deinem Mund an Worten oder was aus deinem Mund alles herauskommt gegenüber deinem Kind, was die Schule betrifft. Und dreh das immer ins Positive um. Hol dir gerne die Bücher von Émile Coué oder, oder sage ich, und recherchiere nochmal nach Franz-Josef Neffe. Er hat gute Videos hier auf YouTube, kannst du dir auch nochmal anhören. Wenn du Kinder hast, die Probleme in der Schule haben, dass du lernst, diese Kinder nicht runterzuziehen, ist mir wirklich ein tiefliegendes Anliegen, aus dem tiefsten meines Herzens, aus dem tiefsten meinem Herzen. Ich glaube, die Gefühle sind rübergekommen, aber die Worte nicht so. Es ist nicht schön, wenn kleine Kinder fertig gemacht werden, dass sie dumm sind oder sogar geschlagen werden. Es passiert immer noch heute, dass Kinder geschlagen werden, nur weil sie etwas nicht verstanden haben oder weil sie schlecht in der Schule sind. Bitte, liebe Eltern, kümmert euch darum zu verstehen, dass die Schule wirklich nicht alles ist. Wirklich nicht alles ist, ja. Und das Kind geschlagen werden muss, um erfolgreich zu sein, sondern dass wir daran lernen und daran arbeiten zu verstehen, dass unser Kind wertvoll ist, auch wenn es in der Schule nicht gut ist und dass es in der Schule gut sein kann, wenn wir daran arbeiten, dass es geistig die Worte in seinem Kopf positiv verwendet und nicht negativ. Weil die Kinder übernehmen all das, was sie in der Schule von Lehrern lernen und von uns. Und das meiste nehmen sie von uns Eltern. Deswegen pass bitte auf und schau, wie du mit deinem Kind redest. Wenn du komplett überfordert bist, schreib mir gerne unten rein. Ich kann auf jede Nachricht, die unten reinkommt, auf jeden Fall antworten. Ich kann euch nochmal tiefgehendere Videos machen. Ah, ja, hört meinen Sohn in Bad. Genau. So, dass wir mehr Kinder haben, die mit Liebe aufwachsen und mit dem Glauben an sich selbst aufwachsen. Und nicht mit diesem Erniedrigen und Fertigmachen. Da habe ich leider auch persönlich im Umfeld gemerkt, dass Kinder oft runtergezogen werden oder auch einfach so erniedrigt werden, weil sie in der Schule irgendetwas nicht verstehen. Und das ist nicht Sinn des Lebens hier auf der Erde, ja. Bitte immer mit Liebe rangehen und wenn du überfordert bist und nicht weißt, wie du das machst, ist das absolut kein Problem. Es hat dir keiner beigebracht. Schreib mich an. Ich mache gerne Videos dazu oder beantworte dir auch nochmal Privatnachrichten, wenn du sagst, ich weiß nicht weiter mit meinem Kind. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, einen wunderschönen Freitag noch. Und wenn du ein besonderes Buch hast, das ich dir gerne vorstellen darf, dann schreib mir das unten rein. Lass mir auch einen Daumen nach oben da für ganz viele liebevolle Eltern und Lehrer, die liebevoll mit unseren Kindern und mit unserer Nachkommen und mit unserer Zukunft umgehen. Alles Liebe, wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.